Hallo und herzlich willkommen zu, ja, dem letzten, äh, zur letzten Schlacht hier im Podium of the Feature. Ich erzähle euch mal, was ich hier gemacht habe. Ich muss lauter reden, weil ich mach erstmal hier, ach, das ist doch, ich vielleicht schon mal früh, früher machen soll, Sprache-Laut-Stärke. Obwohl, bei den Sequenzen ist es dann verdammt leiser. Ähm, ich erzähle es schon mal so. Ich hab, äh, hier sieht man, Really Giant Crabs gebaut und die habe ich, äh, mit dem Gen-Verstärker so maximal verstärkt, wie nur möglich ist. Und jetzt machen wir den Sprint, so schwer wie möglich ist bei den Really Giant Crabs, Richtung Basispunkt hier von dem Gegner. Und ich sag mal so, ich bestimme einfach alle. Und Angriff auf die Gegner. Und ich denke mal, das wird schon klappen. Eigermaßen, ich hab's so ein bisschen angetestet, ich geb's zu, ich hab ja gesagt, äh, ich werd mal ein paar Taktiken ausprobieren. Und die Taktiken scheinen schon ganz gut zu sein, weil wir relativ weit nach zur Basis kamen. Und, ich werd mal hier ein bisschen reinlaufen mit den Gängeln. Sonst werden dann auch wirklich viele angreifen können. So, hier sieht's schon wesentlich besser aus. So, okay. Jetzt werden zwar bloß die Really Giant Crabs hier die ersten schon überleben. Okay, und jetzt geht's weiter. Und jetzt müssen wir ungefähr hier hin. Weil hier so eine richtige Möglichkeit ist, sich ein bisschen mehr auszuruhen, sag ich mal so. Ähm, einfach, äh, sich zu sammeln. Momentan sind die alle in so einer Art Linie. Und ist einfach nicht wirklich erfolgreich. Und deswegen müssen wir hier momentan hier zusammen sammeln. Den Kreaturen werden angegriffen. Mal gucken, ob's klappt. Ich bin noch ganz gespannt. Interessant ist, dass hier alle hier die hier angreifen. Sollen sie den Long John angreifen. Der regeneriert sich zwar, aber... Warum ist hier alles leer? Also, letztes Mal war hier nicht alles leer. Oder ich war schon ein bisschen weiter. Genau, ich war hier. Aber auf jeden Fall kommt mal ein. Der Kohlehaufen ist abgetragen. Ja, Kohlehaufen ist abgetragen. Soll mich erstmal nicht interessieren. Die Leute haben auch nichts zu tun. Ähm, gibt's halt viele heutzutage, die, ähm, nichts zu tun sind, haben. Ähm, die reißen in der Zwischenzeit hier ein bisschen die Basis ein. Die machen nicht so viel Schaden zum Glück. Reicht aus. So, wir werden hier mal ein bisschen sammeln. Ich hoffe... Ah, da kommt schon wieder ein neuer Schwung. Nö, 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 nö. Gut, Leute. Greifen mal ein bisschen an. Gucken mal ein bisschen hier her und greifen mal richtig an. Ich hoffe, es klappt hier einigermaßen. Macht auch einigermaßen Flächenschaden hier, wie ich sehe. Einfach mal raufdutschen, wie nur möglich. Und dann hoffen wir, dass so viele wie möglich auch sterben dadurch. Okay, und hier nochmal ordentlich. Kommt schon. Verlasst hier meine Zuversicht nicht. Macht schon ein bisschen was. Hier ist auch noch eine. Hier nochmal angreifen. Hier nochmal angreifen. Hier schön in die Mitte reinsammeln. Aber ordentlich. Und den nochmal treffen. Ach, hier. Mann, 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 Mann. Der hier nervt auch total. Der mit seinem Splash-Damage. Und der geht schnell weg. Und den hier angreifen. Und die greifen hier bloß im Nahkampf an. Also nicht so wichtig momentan. Die können wir eh besiegen. Und Kann ich euch mal Gebäude zerstören hier. Hier, Gebäude zerstören. Das können wir kaputt machen. Greifen wir den noch an. Ups. Hier, Angreifen. Und zurück. Wir haben zwar jemanden, der mitkommt. Aber wir werden jetzt ohne Umschweifung gleich mal hier zur Basis laufen. Und die gehen ja hier alle mal schön in den Nahkampf. Die Kreaturen werden angegriffen. Ja, Kreaturen werden angegriffen. Na gut. Bekommt halt ein bisschen Schaden. Wir sehen, aber ist nicht so viel durch die Türme. Kommt mal her. Oh, ho, ho. Hier, Gorilla. Den attackieren wir auch gleich nochmal. Ja, so stark sind die halt nicht. Ich will auch nochmal ein Gorilla. Ach, ja. Ja. So, und alle jetzt haben wir hier Angriff. Auf die Basis. Ach, ihr habt den Gorilla aber noch nicht besiegt. So, alle auf den Eindruck. Auf die Basis. Ähm, ich werde schon mal nachproduzieren. Auf jeden Fall. Dann gehen wir gleich vielleicht nochmal einen Schwung brauchen. Deswegen haben die auch drei Türme gebaut. Drei Dinger gebaut. Und naja, mal gucken, ob es geklappt oder nicht. Wird sich alles zeigen. Dann brauchen wir auch noch ein bisschen schneller produzieren. Dann brauchen wir auf jeden Fall viel Schaden, was es aushält. Lungs, Jungs, 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 Jungs. Bisschen schneller produzieren. Jetzt haben wir nur noch drei. Ach, die haben voll viele von denen produziert. Ach, das ist so, so, so. Ah, da kommen sie schon an. Rett mal hier ein bisschen vor. Die Kreaturen werden angegriffen. So. Splash Damage. So. Diese Kohle können wir produzieren. Wir auf jeden Fall noch. Darin soll es nicht liegen. Gut. Gleich mal weiter. Schwung holen. Mit großen Finesse hier gleich zur Basis nochmal kehren. Ich hoffe, die haben nicht ganz so viel nachgebaut. Das ist nämlich eigentlich immer blöd, wenn die nachbauen. Ähm. Und die gehen schon wieder hier lang wie so ein D-Zug. In Reihe und Glied. Das ist... Das ist schlecht. Das ist verdammt schlecht. Die kommen wir uns nicht mal um den hier. Ja, die können vorbeilaufen. Können vorbeilaufen. Können vorbeilaufen. Die Kreaturen werden angegriffen. Doch. Ach, die Ziecher nerven. So. In demlichen Splash Damage. So. Ich werde sie besiegen, Mr. James. Meine Welt. Die ganze Welt hängt davon ab. er kommt schon hier ein bisschen rein und wir werden gleich wieder nach produzieren wie sonst was nein den würde ich nicht haben ihr kommt auch gleich damit so hier hoch ach ja die kräfte alle mussten auch gleich kommen gegriffen ich glaube zu lange brauchen die nicht mehr die machen sie schon auf dem weg ach ihr kommt mit hier hoch hier hoch los leute greift mal hier noch ein bisschen an machen wir die noch fertig macht den hier fertig sehr schön und hier kommt schon die andere Armee von vorhin hier unten dann können wir auch schon mal wir haben schon mal angegriffen zwar aber ja konzentriert euren angriff mal hier auf ich werde mal hier mit denen hier schön in die mitte gehen äh schön in die mitte gehen den kreaturen werden angegriffen ja wirklich ach verdammt hier die ja angreifen bitteschön und ihr könnt schon mal hier angreifen die sind alle abgelenkt von dem einen hier das ist nicht zu fassen ich finde es witzig ähm eigentlich können wir jetzt alle sagen einfach hier angriff jungs einfach angriff auf seine basis dann Hauptaugenmerkmal setzen und die hier greifen eben Nahkampf an jetzt würden sie rauskommen oh dann scheint es doch richtig schön zu funktionieren jetzt unsere Tiere werden angegriffen ach echt hätte ich nicht gedacht die reparieren auch nicht die kreaturen werden angegriffen keine ahnung ob sie überhaupt reparieren aber die basis geht richtig schön runter von den trefferpunkten her weil ja die krabben hier die spezialfähigkeit haben und zack mission geschafft ziel erreicht gute arbeit und dann bin ich jetzt mal still hatten sie jemals einen traum ist der chance ich habe davon geträumt eines tages meinem vater zu begegnen ich glaube da habe ich ihnen ein strich durch die rechnung gemacht ich denke dann sind wir quitt nicht so schnell wo ist Lucy? ich habe eine Verantwortung gegenüber der Welt ich erwarte nicht dass sie das verstehen hasta la vista Julius ah nein 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 Oh! Rex! Lucy! Du lebst Was ist passiert? Ist es vorbei? Ja, Lucy Es ist vorbei Jetzt hat er solche Augen gehabt wie die Tiere Ende Sieht zumindest da Ja, ich denke mal jetzt kommen wir auf Credits Genau, dachte ich es mir noch Äh, Fazit Mal schauen, vielleicht teile ich das Fazit Naja, verteilen das Fazit wäre schwachsinnig Wird halt ein großes Video Impossible Creature Also das habe ich jetzt ja nach Power World beendet Äh, relativ kurzes Spiel, wie wir ja alle mitbekommen haben Hat jetzt, äh, nicht mal 60 Part Ich glaube das Part 59 Wär, ja, vergleichbar bei Power World vielleicht Mit 80 Parts, also Geht so, so Insgesamte Spielzeit Schätzungsweise Ach, rechnen wir mal kurz Äh 10, 15 bis 20 Stunden Also nicht allzu viel, äh Ja, was soll ich sagen Am Anfang sehr einfach Die Mission hat man schnell durchgespielt So, ähm Zum Ende nicht so sehr schwer Aber zur Mitte war es doch relativ schwer Also während bei Power World Äh, so zwei, drei Missionen relativ glücklich waren Die auch clever gestaltet worden sind Denn sie wurden einfacher Wenn man einfach die Bonusziele Oder die Mission davor gemacht hat Und der Gegner war in sich nie unfair Sondern er hat sich wirklich sozusagen Er war, hat sich cleverer Spiele angestellt Er war aber nie unfair gewesen Während hier bei Imposable Creature der Gegner immer dieselbe Intelligenz war Immer dieselbe Dummheit hatte angerichtet Er hat sich nie darauf eingestellt, was für Gegner du, äh, was für Einheiten du gebaut hast Äh, und ja Man konnte dann analysieren, welche Taktik er hatte Und man hat dann versucht, der Gegner anzugreifen Weil eigentlich war der Gegner nur deswegen schwer Weil er, ah, am Anfang meistens schon alles natürlich hatte War bei Power World eigentlich genauso Also da war kein großer Unterschied Aber, äh, es war auf jeden Fall so Dass, äh, der Computer Sehr viel einfach so Sachen gespawnt hatte Also einfach ein paar Einheiten mal wieder rüber geschickt Obwohl er keine Ressourcen zur Verfügung hatte Oder am Anfang schon richtig viele Ressourcen, äh, einfach viele Einheiten einfach mal rückgeschickt hat Und vor allem, weil die am Anfang schon, äh, waren die immer stärker als wir Als eine Technologie, die wesentlich höher war als wir Und das war natürlich ein bisschen nervig Wir müssten uns mit kleinen Tieren rumkrebeln Während der uns schon starke Gegner hatte Aber das hat sich ja zum Schluss dadurch wieder übrig Deswegen hat man ja zum Schluss gesehen Das war eigentlich dann gar nicht mehr so schwer Schwer war halt dann zum Schluss nur noch, weil die uns tätig angegriffen haben Und sich mal überlegen sollte, welche Taktik man geht Aber so haben wir es jetzt ungefähr, haben wir es ja geschafft Äh, ja Wie gesagt, Impossible Creature, ein Ja, sagen wir mal, mittelmäßiges bis gutes Spiel Wer im Parable doch ein bisschen besser abschneidet Hat sehr, sehr gute Ansätze Impossible Creature, das will ich nicht sagen Äh, Gen-Sache Einziger Nachteil bei dieser Genkreuzung ist halt eben Dass, äh, im Endeffekt Auch wenn man so viele Möglichkeiten hat Ähm, es ja doch zu den selben Tieren immer rauskommt Weil man ja versucht, irgendwie die besten Tiere rauszumachen Da wäre es so gut, wenn ich nur Vorteile geben würde bei Tieren Sondern auch größere Nachteile Irgendwelche, ja, A-Kompetibilitäten nach einer Zeit Irgendwie stößt der Körper dann irgendwelche Organe ab Oder sowas, keine Ahnung Irgendwas hätte man sich vielleicht einverlassen können Äh, ja, Fernkämpfer hat man ja gesehen Viel zu schwach gegen Lufteinheiten Artillerie-Schaden Wie gesagt, einmal habe ich einen Rush mit Artillerie gemacht Hat geklappt Aber sonst, Artillerie tötet eigentlich mehr deine eigenen Leute als die Gegner Weil die Gegner mehr verstreut Einen mit einzelnen, starken Einheiten kommen Also mit riesengroßen Armeen, das machen sie vielleicht mal ab und zu mal Aber nicht so toll, wie man eigentlich denkt Bringt Artillerie nicht mehr so viel Und Ich sollte mal ein bisschen langsamer sprechen Das ist wahrscheinlich wieder Zeit Äh Während die Fernkampftürme Wesentlich stärker waren Also die Luftabwehrtürme wesentlich stärker waren Gegen Luftabwehr, äh, äh, Lufteinheiten Die haben das echt gerissen Da kann auch eine starke Lufteinheit Ich habe ja gesehen Oder was weiß ich, ich habe es ja gemacht Die Potwal-Libellen-Kombination Bei einer der stärksten Flugeinheiten Hat er trotzdem Probleme, äh, mit dem Turm Äh, ja, und Sorry, äh, jetzt habe ich gerade aufstoßen gehabt Wie peinlich Während die normalen Abwehrtürme Die Schalltürme Eigentlich absolut schwachsinnig zu bauen sind Also Nahkampfeinheiten Wir haben es bei der Siebenheit Die haben zwei Schaden gemacht Bei dem Der hat sich in der Zwischenzeit Wieder eins reguliert Also macht er einen Schaden pro Schuss Und es ist einfach nicht effektiv Bei 800 Lebenspunkte Wie oft Das könnt ihr an euch rausrechnen Wie oft er schießen muss Während die Dorn Als effektiv Als, äh, Verteidigungswahl Noch blöder sind Weil da braucht man bloß Artillerieeinheiten hinschicken und die zerstören alle Dorn auf gleichzeitig auf einmal, wenn man die hier dann in ein paar Rutsch hat. Also, absolut dämlich. Gut, wir können mal kurz nochmal die Statistik angucken. Entwickelt Armee, am besten waren bei mir, ja, man sieht's schon. Am besten war von denen, man sieht's auch schon und... Ja, das war's dann von meiner Seite von Imposable Creature. Aber ich werde, wie, ja, angedacht, ähm, mit Common Conquer anfangen, der Mutter aller Echtzeitstrategie-Spiele. Weil ich das einfach mal machen will, weil es mich schon von Anfang an gereizt hat. Ich hab in letzter Zeit ein bisschen was rumprobiert, dass das auch wirklich klappt. Und ich hoffe, das gefällt euch auch, dass ihr mir da treu bleibt. Und grad, ich will heute, wie gesagt, ich will ein Echtzeitstrategie-Spiel durch ein Echtzeitstrategie-Spieler austauschen und ein Rollenspiel durch ein Rollenspiel austauschen. Und ein FSK-18-Spieler durch ein FSK-18-Spieler austauschen. Insofern könnt ihr euch schon ungefähr denken, was als nächstes kommt bei den anderen Spielen, wenn die fertig sind. Wobei die ja noch ein bisschen länger dauern. Dungeon Siege, ja, gucken, vielleicht bin ich, ich glaube, zu 60% fertig. 60, 70%, wenn man gut rechnet. Wenn bei Fallout 3, da kommen noch ordentliche Parts. Aber das macht auch wirklich Spaß zu spielen und es gefällt euch bestimmt auch anzuschauen. Insofern, ja, seid auch gespannt auf die nächsten Teile, ob es nun Common Conquer sein wird. Oder die anderen Spiele, die auch gleichzeitig laufen. Minecraft ja auch. Wie gesagt, ich... Ihr könnt ja mal wegen Feedback zu dem, zu dem schreiben, wie ich das Spiel fand. Klar, ich wusste, ich weiß, ich hatte den Sound teilweise wirklich zu laut eingestellt. Das war aber auch einfach eine Berundung, weil, äh, die Zwischensequenzen sonst zu leise gewesen wären. Deswegen war der Sound teilweise zu laut und man hat mich nicht verstanden. Und ich werde schon wieder ganz heiser kriege ich mit, weil mein Hals kratzt doll. Also schreibt mir Kommentare mal wegen, wie es euch gefallen hat, was sie toll fandet. Äh, und deswegen. Common Conquer, die Cediaris Edition, die hat nämlich auch sehr gut einen Anklang gefunden. Deswegen habe ich, will ich die auch machen. Die war zwar, äh, nicht so hoch wie Impossible Creature, deswegen wurde das Spiel zuerst gemacht, aber trotzdem wird das Spiel deswegen hoch. Also, das war's dann für mich. Ich glaube, ich habe alles im Fazit erwähnt, was ich wollte. Wenn nicht, schreibe ich noch irgendwo was hin. Ja, wie gesagt, mittelmäßig gibt es gute Spiele. Während Paraworld wirklich bei den sehr guten Echtzeitstrategie Spielen einzuhören muss, da habe ich leider kein Fazit gemacht, aber so geht es auch. Ja, wir sehen uns am nächsten Mal. Euch dann noch einen schönen Tag. Ciao, ciao.